Ja, hallo, ich begrüße euch zum Vortrag CMS Garden, Ziele, was machen wir? Wer von euch kennt den CMS Garden noch nicht? Seit gestern. Seit gestern, prima, gut. Ja, David hat es heute schon in der Anfangs-Keynote erzählt. Der CMS Garden ist ein Dachverband der Open-Source-CMS-Systeme. Das, was ihr gerade da so auf dem Bild seht, ist ganz aktuell. Frisches Bild von heute Morgen stand unser Garten von meiner Frau und mir. Ja, das ist der CMS Garden nicht. Das wollte ich einmal verdeutlichen. Der CMS Garden, wir sind ja als Marketing-Gemeinschaftsidee halt entstanden. Dann 2012 war der CeBIT-Messestand bei Mitwald. David sagte es schon, fünf Open-Source-CMS-Systeme waren da drunter. Und man hat eben halt doch ziemlich schnell erkannt, ja, das Ding, das können wir auch selber. Das können wir eine Nummer größer. Und vor allen Dingen, das können wir auch unabhängig. Weil wir sind Open-Source, wir wollen unabhängig bleiben. Also haben wir dann dementsprechend 2013 einen eigenen CeBIT-Messestand organisiert. Wir waren alle sehr perplex, dass das so reibungslos über die Bühne ging. Hier hat man mal so einen kleinen Überblick über diesen Stand. Wir hatten 100 Quadratmeter. Es waren ja so circa 50 CMS-Gartenbotschafter da, die geschätzte 10.000 Besucher dann informiert haben. Wir haben, ja, von morgens neun war, glaube ich, Beginn bis abends um 18 Uhr durchgeredet. Wir mussten uns zwangsweise zur Toilette schicken oder zum Essen oder zum Trinken, damit wir da überhaupt mal eine Pause gekriegt haben. Und der richtig große Erfolg war dann eben nicht nur die User-Beratung, die halt stattgefunden hat. Wir haben uns eben halt nicht mit den Ellbogen gegenseitig gehauen, sondern wir haben uns die Leute auch zugespielt, weil wir gemerkt haben, da waren Anwendungen, da waren Menschen, die waren jetzt in unserem Fall mal nicht, das Projekt war nicht für Joomla geeignet. Dann haben wir denen halt auch weitergeholfen, haben die weitergeleitet zu den anderen Systemen, da, wo sie eben halt hingehörten oder da, wo sie richtig waren. Das hat super funktioniert. Was wir dann eben halt auch noch festgestellt haben, waren die Abende danach, zwischen den Tagen. Wir waren in einer Jugendherberge untergebracht, in Hildesheim. Und die Drupal-Jungs hatten einen Koch mitgebracht, der uns dann auch immer super warmes Essen gemacht hat, auch ein bisschen schärfer. Und die Gemeinschaft einfach, die war da. Man merkte, es sind gleichgesinnte Menschen da und haben dann dementsprechend gemerkt, wir haben gemeinsame Ziele, wir haben gemeinsame Probleme, die es eben halt gilt, da zu lösen. Und dann haben wir halt weiter überlegt, wie können wir das anpacken. 2014 haben wir dann es nochmal geschafft, einen Stand auf die Beine zu bekommen. Wieder das gleiche Ergebnis, die Besucherschwärme in diesen Hallen, die sind reingekommen, wie so ein Magnet sind die zu uns gelaufen. Das war so eine wirklich tolle Erfahrung. Ich weiß noch, 2013 hatten wir dann, ja Ärger bekommen hatten wir nicht, aber das Gastland hatte sich beschwert in der Halle, weil doch bei denen keine Besucher angekommen sind. Weil sie ging wirklich so wie so ein Bogen in diesem Open-Source-Park durch und landeten bei uns und ging dann hinterher wieder raus. Also das war eine wirklich super Erfahrung. Ja, wir haben dann halt zwischendurch überlegt, was können wir an Aufgaben noch machen, wie können wir uns weiter organisieren. Weil wir dann eben halt auch mit ein paar Summen, mit ein bisschen Geld eben halt hantieren, haben wir gesagt, machen wir mal einen Verein drumherum. Entstanden ist dann eben halt der CMS Garden als eingetragener Verein, um das Ganze auch auf rechtlich vernünftige Beine zu stellen. Die 2014, wie gesagt, der zweite Messestand, 2015 hat es dann nicht mal funktioniert, weil leider die Messeleitung damals dann gesagt hatte, nee, jetzt müsst ihr dann doch mal die Standmiete voll bezahlen. Das haben wir dann leider nicht geschafft. Und dann war erst mal so ein Jahr 2015, ja, da waren alle sehr geknickt natürlich. Die Motivation war unten. Wir haben den CBIT-Stand, den Messestand nicht organisiert bekommen. Und nichtsdestotrotz haben wir so zwei, drei die Fahne hochgehalten. Darunter muss ich jetzt mal ehrlich sagen, war ich auch. Und habe in dieser Zeit den Kontakt zum ECO-Verband hergestellt. Der ECO-Verband, der Verband der Internetwirtschaft, ist ein Lobbyverein, kann man schon so sagen. Darin sind eben halt wirklich alle großen Player organisiert. Google, Microsoft, Telekom, alle, die in irgendeiner Art und Weise was mit Nullen und Einsen zu tun haben, sind da drin. Der ECO hat dann halt auch sehr schnell erkannt, oh, Open-Source-CMS-Systeme, die bilden nun mal einen Großteil des Internets ab. Und ja, warum eigentlich nicht? Wir haben uns dann auch wirklich, ja, wortwörtlich auch an die Hand genommen und haben gesagt, hey, es gibt viele Themen, die gerade eben halt auch Open-Source betreffen. Der Hauptstandort vom ECO ist in Köln. Die haben aber auch noch einen Nebenstandort in Berlin und veranstalten dort gerade eben halt mit Politikern, Podiumsdiskussionen über fast alle Bereiche des Internets. Und immer, wenn es nur so ein bisschen, nur ein ganz, ganz bisschen, ein Hauch von Open-Source ist, dann werden wir eben halt auch eingeladen, dann werden wir geholt. Dann sitzen wir nicht nur im Publikum, sondern wir sitzen direkt mit auf der Bühne. Unser Stefan Lukow, der zweite Vorsitzende vom CMS-Garden, der wohnt auch in Berlin und hat es da eben kurze Wege, dann daran dementsprechend teilzunehmen. Wir von Joomla hatten ja das Problem mit dem Finanzamt Aachen und wir sind so auch ein bisschen der Meinung, dass dieses, ja, diese Lobby-Arbeit, die ist enorm wichtig. Und ob es jetzt daran gelegen hat, dass das Urteil für uns positiv ausgefallen ist, kann man jetzt letztendlich schlecht sagen. Aber schlecht war das mit Sicherheit nicht. Und da ist ja auch vom Bundesfinanzhof ein Grundsatzurteil gefällt worden, welches erst mal festgestellt hat, ja, Open-Source ist gemeinnützig. Als das Urteil vor etwas über zwei Jahren gefällt worden war, kam ich dann auf die Frostcon. Und da kennt man mich auch mittlerweile, weiß auch, dass ich von Joomla komme. Und jeder, der dann kam, hat mich erst mal auf die Schulter geklopft und mir auf die Schulter geklopft und sagt, ey, das, was ihr da erreicht habt, das war echt super. Da muss man aber sagen, das war die ganze Open-Source-Gemeinschaft. Das war nicht nur Joomla, die wir das Urteil erreicht haben. Das war nicht nur der CMS-Garden. Das war eben halt auch die Beteiligung der anderen Open-Source-Bewegungen. Ob es eben halt die FSFE war oder ob es der Verein rund um die Open Rhein-Ruhr war, die uns da unterstützt haben. Das war richtig klasse da. Aber wie gesagt, Lobbyarbeit, unwahrscheinlich wichtig. Da haben wir eben halt mit dem Eco-Verband einen super Partner gefunden, der uns da super unterstützt. Der Eco-Verband hat zu dem Zeitpunkt, als wir sie kennengelernt haben, hatten ein Projekt, ein Förderprojekt gerade an der Hand, das hieß oder heißt Initiative S. Und da war es, für die Zusammenarbeit war es schon zu spät, aber daraus ist ein Folgeprojekt entstanden. Und das heißt Sivecos, sichere Webseiten und Content-Management-Systeme. Die haben uns halt auch angefragt, hey, habt ihr da Lust als Junior-Partner mitzuwirken? Dann haben wir natürlich gesagt, hallo, hier geht es um Open-Source-CMS-Systeme. Wenn ihr uns nicht da mit dabei holt, dann sind wir aber sowas von sauer. Nein, haben sie ja gemacht. Wir sind Junior-Partner und haben eben halt sehr viel Arbeit damit einfließen lassen, damit dieses Projekt eben halt auch läuft. Sivecos ist ein Projekt, man kann seine Domain dort anmelden und die Domain und der Web-Hosting-Platz wird einem Check unterzogen, ob mögliche Sicherheitslücken dort auftauchen auf der Website. Die kann man dann sehen. Mit Hilfe von einem Wiki kann man dann auch versuchen, diese Sicherheitseinstellung zu ändern oder anzupassen. Wir können mal eine Firmenseite einfach mal davor schmeißen. Das ist so ein Schnellscan. Dafür muss man sich jetzt nicht unbedingt anmelden, die man hier durchführen kann. Man kann sich aber auch anmelden, registrieren. Dann hat man die Möglichkeit, bis zu 25 Domains dort zu hinterlegen. Alles übrigens komplett kostenfrei. Gesponsert wird das Ganze eben halt durch das Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, kostenfrei war es natürlich nicht, aber bezahlt durch Steuergelder und deswegen ist das Ganze öffentlich. Auch der ganze Code, die ganze Programmierung, die da entstanden ist, da haben wir natürlich darauf bestanden, dass das Ganze Open Source ist am Ende des Tages. Das war gar nicht so selbstverständlich. Die wollten das Ganze auch dann unter Verschluss halten. Und nein, es ist ja auch sicherheitsrelevant. Und wir wollen uns nicht in die Karten gucken lassen. Und da haben wir dann gesagt, nee, also wenn ihr uns dabei haben wollt, dann Open Source. Sonst gehen wir wieder. Und auf die Forderung sind sie dann auch Gott sei Dank eingegangen und haben auch dann jetzt selber gemerkt, jo, das war dann doch auch der richtige Weg, das zu tun. So, wir sehen den Check. Der ist jetzt hier soweit durch. Und da gibt es eben halt einige Scanner, die dann hier laufen. Wir sehen, ich bin mit den Einstellungen selber noch nicht ganz fertig. Aber letztendlich sieht das Ergebnis schon gar nicht mal so schlecht aus. Das meiste ist grün. Ich möchte jetzt auch auf die einzelnen Scanner nicht so wahnsinnig eingehen. Nur zuletzt noch mal gesagt, es gibt ja ein rechtliches Problem. Als Website-Betreiber bin ich verpflichtet, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Schadcode von meiner Website fernzuhalten. Gerade kleine mittelständische Unternehmen, die haben nicht gerade die Ahnung, um eben halt den Webspace zu prüfen. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich das handeln sollte. Und wenn ich eben halt meine Website dort anmelde und regelmäßig prüfen lasse, dann habe ich der Verkehrssicherungspflicht genüge getan. Das heißt, sollte hier irgendwo mal Schadcode von meiner Website ausgehen, der Scanner hat es noch nicht gefunden. Und meine Website legt, ich sage mal, VW eine halbe Stunde lahm. Dann muss ich keine Angst haben, dass VW jetzt mit irgendwelchen Schadenersatzansprüchen bei mir vor der Tür steht. Beziehungsweise sie werden vor der Tür stehen, aber ich habe halt die Sicherheit, ja, ich habe mich dort angemeldet, ich habe alles getan oder ich habe dann auch die Information bekommen, da ist was, habe mich sofort darum gekümmert. Das ist natürlich wichtig, dass man das dann auch dokumentiert, wenn da so etwas war. Und dann bin ich aus dem grübsten raus. Ja, was machen wir vom CMS-Gaden noch? Wir haben dann auch Kontakt zum BSI hergestellt, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das BSI hatte schon im Vorfeld, ich meine, das war auch so 2013 gewesen, das war eine heiße Diskussion auf dem ersten CeBIT-Stand, die hatten dann auch so einen Sicherheitscheck von Open-Source-CMS-Systemen, sondern so eine Studie rausgebracht. Und das Resümee dieser Studie hieß eigentlich nur, katastrophal darf man nicht nutzen. Da waren wir alle ziemlich auch angesäuert, dass die den Weg eben halt nicht zu uns gefunden hatten, zu den einzelnen Systemen, die dort geprüft worden waren. Und das haben sie dann Gott sei Dank bei der zweiten Studie anders gemacht. Da haben sie uns dann auch nachträglich noch ins Boot geholt und wir hatten dann die Möglichkeit, diese Tests dann auch ein wenig zu lenken, nicht in Form von manipulieren, sondern in Form von, wenn ihr das testen wollt, dann lasst uns das doch bitte so und so machen. Bei Joomla hatte es den guten Erfolg gehabt, dass wir dort eine Drittanbieterkomponente gewählt haben, wenn die dort mit reinkam, die eine Sicherheitslücke vorwies, um dann auch hintenrum den Entwickler mit dem Ergebnis dieser Studie so ein bisschen Druck zu machen. Das hatte auch Erfolg. Wir wollten dann aber auch natürlich zeigen, ja, es gibt Stellen, da muss man halt aufpassen bei Open-Source-CMS-Systemen. Aber da ist das eigentliche System nicht dran schuld. Das sind eben halt Drittanwendungen, die man dann eben halt auch als Entwickler, wenn man die bereitstellt, regelmäßig warten sollte und überprüfen sollte und auch auf die Community hören sollte, wenn die dann sagt, hey, das sind Sicherheitslücken. Oder das ist eine Sicherheitslücke, bitte schließt das und warte nicht drei, vier Monate, bis das zugemacht wird. Ja, die Zusammenarbeit läuft auch dahin, dass es eine Mitteilung von uns gibt, und wenn Sicherheitslücken da sind, der BSI stellt einen Newsletter zur Verfügung, den Bürger Zert, die haben wir den Newsletter sicher informiert, den kann ich nur jedem, jedem ans Herz legen, der im Internet unterwegs ist. Egal, jeder, der im Netzwerk, im Internet hängt, sollte sich diesen Newsletter abonnieren, weil man bekommt eben halt doch sehr, sehr viele nützliche Hinweise, wenn eine Software Sicherheitslücken enthält. Und wir haben uns halt auch, gerade von Joomla, das Security-Team hat sich dazu entschlossen, Sicherheitswarnmeldung dort drüber abzusetzen. Die WordPress-Community macht das genauso. Da läuft es auch ziemlich gut im Moment. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Sache, die wir da auch ins Rollen gebracht haben. Ja, dann fällt mir gerade ein, ich habe noch beim Sivecos-Projekt etwas vergessen, etwas sehr Wichtiges. Wir achten nicht nur darauf, dass der End-User seinen Web-Housing-Platz sicher hält. Also die Awareness-Bildung nicht nur beim User, sondern eben halt auch beim Web-Hoster. Teil dieses Sivecos-Projektes, welches wir auch im Vorfeld schon angefangen hatten, war dieser Service für Web-Hoster. Das ist jetzt ein bisschen trockener Text. Wenn ich also Web-Hoster bin, kann ich mich melden und sagen, ja, okay, ich möchte gerne informiert werden, sobald eine Sicherheitslücke bekannt ist. Er bekommt dann zwar nicht sofort oder vor allen anderen die Sicherheitslücke mitgeteilt. Er muss dann auch schon so lange warten, bis das Update-Package da ist. Aber er wird hier halt im Vorfeld informiert, Achtung, an Tag XY zur Uhrzeit Z kommt das Update. Du setzt da jetzt bitte zwei Mann hin, die wir direkt kontaktieren können, die das Update-Package bekommen. Und da wir ja die Sicherheitslücken kennen, wissen wir auch dementsprechend, wie solche Angriffe stattfinden werden. Oder wie ein Hacker jetzt denkt und das Ganze vielleicht automatisiert dann machen würde. Und dann beliefern wir die Web-Poster gleich schon mit Mod Security-Filterregeln, damit die dann dementsprechend die Angriffe gleich abwehren können. Wir haben selber gemerkt, dass das unwahrscheinlich wichtig ist, diese Zusammenarbeit mit diesen Web-Postern, weil die Drupel-Jungs, die sind da sehr gebrannt. Da gab es einmal eine Zero-Day-Lücke, die ist samstags abends, ich glaube, so um halb zehn veröffentlicht worden, dass da eine halbe Stunde später ein Update-Packet kommt. Das wurde dann um zehn Uhr samstags abends ausgespielt und wer dann nicht bis sonntags morgens um neun geupdatet hat, musste davon ausgehen, dass die Web-Seite gehackt worden ist. Das Ganze hieß dann auch Drupal-Geddon. Die Drupal-Jungs, die waren auch alle ziemlich sauer, dass das vom Timing her, samstags abends um zehn, da sitzt keiner mehr vom Rechner. Ja, das war natürlich auch total blöd und da war dieser Web-Poster-Service halt noch nicht eingerichtet. Das heißt, auch die Web-Poster standen natürlich vor einem Riesenproblem und hatten diese ganzen vielen gehackten Webseiten. Der ganze Support, den dann auch der Web-Poster leisten muss, ist ja natürlich auch enorm. Wir haben auch schon inoffizielles Feedback der einzelnen Web-Poster schon bekommen, gerade was jetzt so die Joomla-Day-Siro-Lücken angeht. Da ist dann ein Web-Poster dabei, wo wir gehört haben, dass der alleine bei der ersten Zero-Day-Lücke von Joomla, die wir dann so massiv bekannt gegeben haben, so eine Dreiviertelmillion Euro eingespart hat an Support-Kosten und ähnliches. Wenn ich das jetzt allein auf Joomla schon mal drei setze, wenn wir dann jetzt auch noch mal die Kostenersparnis in der Wirtschaft bedenke, dass dann eben halt der Klempner, die Friseuse von nebenan, nicht ihren Web-Dienstleister wieder anpingen muss, damit der die Website wieder aufräumt und sauber macht, ist das eine enorme Ersparnis, die wir da ausgelöst haben. Ja, was macht der CMS-Garten sonst noch? Neben den Veranstaltungen, das heißt, CeBIT gibt es ja leider nicht mehr. Wir sind allerdings auch auf einer FrostCon in St. Augustin jedes Jahr dabei. Eine Konferenz für freie und Open-Source-Software. Dort gibt es immer ein Programm und auch die Open-Source-Systeme haben die Möglichkeit, dort kostenfrei einen Informationsstand zu betreiben, hinzustellen. Das wird auch mal sehr, sehr gerne angenommen. Wir haben dort vom CMS-Garten immer so ein Team von vier, fünf Botschaftern, so nennen wir uns, die wir dort auftreten. Und dieses Team ist dann auch eben halt in der Lage, nicht nur das eigene System Fragen zu beantworten, sondern dementsprechend auch andere. So hatten wir es dann auch schon ein Jahr. Da war dann leider von Drupal kein Botschafter da, aber dann waren da ein WordPress-Mensch, ein Jungler-Mensch und zusammen konnte das Drupal-Problem gelöst werden. Das ist dann etwas, auch ein Riesenvorteil von vielen Systemen, die sich dann zusammentun zu einer Marketing-Gemeinschaft. Man muss nicht unbedingt dann da vor Ort sein, aber man ist doch irgendwie präsent. Und das schaffen wir dann eben halt auch mit diesen gemeinsamen Ständen. Neben der FrostCon ist es die Open Rhein-Ruhr, diverse Linux-Tage, auf denen wir präsent sind und nach außen dann Awareness-Bildung machen, User-Beratung, das ganze Programm. Neben diesen Veranstaltungen haben wir dann aber auch noch eine Gartenfibel, die wir auflegen. Einen Moment, das Buch, da ist es. Ja, ich... Ah, doch, groß genug. Also, die Gartenfibel ist eine Übersicht über die CMS-Systeme, die jetzt aktuell dann am CMS-Garten teilnehmen. Das ändert sich mal. Es gibt dann auch mal Systeme, die sagen, es fehlt gerade an Manpower. Wir schaffen es leider nicht, dort einen redaktionellen Beitrag mit anzubieten. Dann sind die mal für eine Auflage halt nicht dabei. Oftmals klappt es dann wieder in der nächsten. Diese Gartenfibel enthält halt Informationen über die einzelnen Systeme, enthält Informationen, wo komme ich oder wie komme ich zur Community dementsprechend. Dort in dem Buch ist aber auch eine Matrix aufgelistet. Was kann welches System? Und diese Matrix, da sind wir relativ stolz drauf. Die ist sehr objektiv. Das heißt, wenn wir jetzt von Joomla sagen würden, hey, wir sind Multisite-fähig, dann würden wir aus der WordPress-Ecke gleich einen Schlag ins Kontor bekommen und zurecht natürlich. Und die würden sagen, hey, ihr seid nicht Multisite-fähig. Das könnt ihr nicht. Und so ist dieses Buch wirklich sehr objektiv, weil wir uns da gegenseitig auch kontrollieren, dass da kein Blödsinn drinsteht. Das klappt aber wirklich sehr, sehr gut. Und bis auf ein, zwei Kleinigkeiten innerhalb der Matrix mussten wir das jetzt auch noch nie wirklich machen, dass wir dem anderen sagen mussten, hey, das korrigieren wir lieber. Wir bekommen im Herbst jetzt eine Neuauflage der Gartenfibel. Das ist dann, glaube ich, schon die fünfte Ausgabe dann. Und die werden wir präsentieren auf der CMS Garden Unconferenz. Da ist sie. Da ist die CMS Garden Unconferenz, die wir im Unperfekthaus in Essen abhalten werden, am 15. und 17. bis 17. November. Und dort wird es dann auch wieder die Neuauflage Gartenfibel dann dementsprechend dann geben. Ich lade alle herzlich ein in das Unperfekthaus. Wer das noch nicht kennt in Essen, das ist ein Haus mit vielen, vielen Räumen. Man kann sich dort austauschen. Und es ist einfach ideal, um ein Barcamp abzuhalten. Wir werden uns dann dort treffen, um eben halt gemeinsame Themen zu besprechen. Die Privacy-Verordnung steht so ein bisschen vor der Tür. Oder die wollen wir diesmal besser im Auge behalten als die DSGVO, wo wir leider offen gesagt haben, das haben wir irgendwo verpennt. Das war nicht so toll. Das war ein Thema, das hat unsere Benutzer und User und alle da draußen interessiert. Und wir haben uns irgendwie da nicht so drum gekümmert. Das haben wir dann im Nachhinein festgestellt, das können wir eigentlich besser. Und das wollen wir jetzt auf jeden Fall mit der E-Privacy-Verordnung besser machen, die vielleicht kommt, und wir wissen es ja noch gar nicht so richtig. Aber das haben wir auf den Blick diesmal und werden das dementsprechend besser machen diesmal. Ja, es sind aber auch solche anderen Dinge, die dort besprochen werden. Ja, ein Beispiel ist halt Paragraph 13, dieser seltsamen Verordnung, die da im Europäischen Parlament durchgegangen ist. Ich mag mich schon gar nicht mehr drüber aufregen, mit dieser Upload-Filter-Funktion, die dann jetzt eingesetzt werden muss, praktisch von jedem, der da irgendwie Content von Usern veröffentlichen will. Da haben wir halt auch versucht, Stimmung zu machen, was eigentlich auch draußen auf der Straße gelungen ist, aber irgendwie ist das im Parlament nicht angekommen. Ja. Bin ich jetzt soweit eigentlich durch, was den CMS-Gaden anbelangt? Hat jemand noch Fragen? Dann bedanke ich mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.